Boah, ich hänge an der Wand fest. Ah, meine Fresse, jetzt kommt wieder diese beschissene Olle. Jetzt hänge ich wieder an der Wand fest. Momentum, ich mach es doch. Boah, ist das, ey. Meine Fresse. Okay, warte. Ja, komm. Na? Ey, das meine ich. Dann teleportiert er sich auch irgendwie komplett wild durch die Gegend. Äh. Leck mich am Arsch, Alter. Leck mich einfach. Do that again. Leck mich am Arsch, ehrlich. Leck mich am Arsch. Ich probiere es jetzt noch einmal, Alter. Und dann scheiße ich drauf, Alter. Dann mache ich eine Pause, dann lasse ich es. Das hat... Das hat... Das hat halt gerade keinen Nährwert, ey. What? Is more? Sweet mama! It's an orange of destruction and chaos. Wow! Which I had a third hand with my other gun. Oh, kipp doch einfach um, du Fetzer, Alter. How can this be? Clones attack! Mon ami, mon ami, mon ami. Do not feel me, Clones! Do not feel me, Clones! It's all more splody, guys! Badabum! Be careful! Yes, be careful. Just add this suit clean. Sorry, dass ich am Ragen bin, by the way. Aber das ist gerade einfach wirklich nur nervig. Das ist für mich total nervig. Ich hab's dir ja schon erklärt, warum. Weil man halt auch nicht klassisch abwehren kann. Und dann wirst du so zu geschissen mit Gegnern. Ja, die Schützen bleiben draußen. Gleich kommen wieder diese Schwerthansis. We 때는 ein verbinder, Gott, Gott. Finde ich durch das. Schöne die Abwekbe sind. Ich sagge viele nie Kof, bitte auch. Och, doch foi! Finde ich auch für alleeles. Es war Pвонder nicht. Und nie ist das, der Spieler erwartet. Und plaatschen selbst hustet ich, zu spirale Na Guinea. Es macht das Wasser Legerei. Da hinten kommen die alle, ey. Leck mich am Arsch. Oh, oh, oh. Da, 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 da. Wo kommst du denn her? Yo, in der Enge hier mit den Kämpfen ist das schon mal eine dumme Idee. Cha-ching. Oh, weg, Alter. Dann bleibt ihr wieder an der Kante hängen. Wieso bin ich in der Luft denn hängen geblieben? Leck mich doch am Arsch. Du behindert halt die Fresse, Alter, Deadpool. Ehrlich. Halt einfach deine Schnauze, Alter. Halt einfach deine Schnauze. Ist das ein dummer Scheiß, Alter. Ja, komm, töten mich. Ist das eine dumme Dreckstelle, ey. Also, wenn danach nicht Sinister kommt, ne? Wenn danach nicht Sinister kommt, dann können die mich am Arsch lecken. Aber richtig. Ich konnte nicht mal mehr um die Ecke fliehen, ey. Ist das eine Wichsstelle. Das ist die größte Kackstelle überhaupt, Alter. Noch nie so ein Dreck gespielt am Ende von einem Hack-and-Slay. Vielleicht ist es wirklich besser, hier zu bleiben, in dieser offenen Fläche. Ja, 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 ja. Man sieht auch wieder nichts. Ne. Also, entweder muss man komplett in der Deckung bleiben. Hey, try harder. Halt die Schnauze, wirklich. Irgendwann ist auch mal der Deadpool-Hummer nicht mehr lustig. Hab'n gewissen Punkt, Alter. Obliterate this abomination! What? It's more? Great mama! It's an origin of destruction and chaos! Wow! Wish I had a third hand with my other gun! Oh, draw him out! Shoot, that was my favorite bullet! Can you send it back? How can this be? Clones, attack! Woohoohoo! Now that was a whole lot of- Oh my god, here come more. Do not fail me, clones! Heads up, more splody, guys! Big badaboom! Be careful! Yes, be careful. Because that is sookly. Oh! Uh-oh. Uh-oh. Also hierbleiben ist tatsächlich eine blöde Idee. Das wollte ich aber halt nochmal ausprobieren. Oh man, ey. Klar. Es macht gerade null Spaß. Ich werde da... Also jetzt macht's wirklich null Spaß mehr. Jetzt... Es liegt natürlich... Es liegt natürlich daran, dass ich jetzt zorgen bin, aber... Wait, Mama! It's an orgy of destruction and chaos! Wow! Wish I had a third hand with my other gun! Did that hit you in the chest? How can this be? Clones, attack! Now that was a whole lot of... Oh my god, here come more. Do not fail me, Clones! It's up, more splody, guys! It's badaboom! Be careful! Yes, be careful. Just add the suit clean. Eracht! Entdeckung. Entdeckung. Oh, fuck. So viel zum Thema Entdeckung. Warte, ammo. Ich kreise gerade auch auf die Punkte. Ich will gerade einfach nur die Gegner loswerden. Ah, Mann, ey. Ich meine, manchmal, wenn man halt aufhört, also wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pause mache, manchmal kannst du so eine Abschnitte dann mit einem klaren Kopf noch mal besser spielen. Oh, oh. Wartet. Ja, jetzt sterbe ich, weil ich dumm bin. Ist das eine Wegstelle? Eigentlich wollte ich das Spiel heute durchspielen. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich es lasse. Die Frage ist halt auch, wie viele Gegnerwellen kommen da. Ich probiere es noch einmal. Ich weiß, das sage ich jetzt irgendwie schon zum x-mal und ich werde halt auch immer mehr salty und so. Vielleicht soll man auch die dicken Bummen nehmen. Probieren wir es aus. Nimm die doch. Ich glaube, ja. So, der hat null. Ich sehe nix. Oh, oh. Kipp doch um, Alter. Ich sterbe. Oh, ey. Verpisst euch. Oh, lauft doch einfach. Deadpool, lauft doch einfach. Heal dich doch hoch. Lauf doch einfach. Verpisst euch. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Irgendwie muss das doch zu schaffen sein, ey. Wartet, wartet, wartet. Seht ihr das, was ich meine? Sie auch dieses random wegteleportieren manchmal. Oh, Mann, ey. Mach doch einen Momentum, wenn ich es drücke. Alter. Alter. Ich bin gerade einfach nur noch salzig. Und das tut mir so leid, Leute. Was? Tschüss. Ey, ist das blöd gemacht, ey. Das ist wirklich so eine unspaßige Kackstelle. Naja, ich wollte gerade sagen, hier lang zu laufen ist nicht tough. Komm schon. Lade dich auf. Alter. Ja, er trifft halt komplett daneben, Alter. Ey, mach Momentum, wenn ich es drücke. Ey, Alter. Ist das eine nervige Dreckswichse. Ey, das ist so eine scheiß Kackstelle, ey. Wie, damit kann man den nicht töten, oder was? Ist das ein Quatsch, Alter. 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 Leute, wir schaffen es, aber ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen. Ja, komm. Ja, genau. Greif nicht an. Jetzt hänge ich wieder an irgendeiner imaginären Kante, wenn ich da ist. Jetzt würde ich eigentlich gar keine Fehler mehr machen. Wo ist der Idiot, Mann? Kann ich jetzt mal bitte Ruhe haben? Ey, war das eine scheiß Stelle. Sorry, ey, Alter. Ja, klar. Oh, Mann, ey. Yo. Ja, klar kämpfe ich jetzt noch gegen die drei. Klar. Ja, wow. Wenn ich jetzt sterbe, Hauptsache ich fange wieder bei denen an. Lockbusters smellt besser, though. Oh. Okay. Team Attacken gegen mich. Nice. Oh, wehe. Ich fange hier nicht wieder an. Wehe, Spiel. Ich fange da nicht wieder an. Gut für dich. Dadurch muss ich den wieder ausweichen und dann... Da war meine Antwort auf die Frage. Ich wollte B drücken, hat nicht mehr geklappt. Hä? Auch hier. Ich konnte mich grad nicht wegteleportieren. So, das meine ich, glaub. Weg. Oh, ich kann... Yo. Die verlangsamen mich auch. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Erst diese... Ewig lange... Arena-Kampfszene. Wie gesagt, Snack and Slash ist okay. Aber... Man kann halt nicht klassisch abwehren. Das ist ein bisschen Abfuck. Ich trinke, by the way, was. Prost nochmal, Leute. Ja, und jetzt halt am Ende dann nochmal diese Szene. Das ist kompletter... Blödsinn, ey. Warte. Komm, renn um ihn zu. Scheiße, die Matracke. Ja, komm, renn auf mich zu. Komm, fahr an. Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Ja, komm, renn. Weg. Weg. Warte mal, kann ich die da oben angreifen, eigentlich? Es fiel sich halt am Ende alles so nervig an. Ist eigentlich gemein, weil das Spiel hat... ...hat ja Spaß gemacht. Oh, oh. Und weg. Ich mache lieber auf Nummer sicher. Oh, ich habe P gedrückt, aber es war zu spät. Oh, er macht seinen Smash, aber er rennt nicht. Oh. Weg. Oh, nein. Oh, ich hasse so vieles gerade, ne. Und das ist jetzt eigentlich wirklich nur noch eine... ...normale Konzentrationssache. So. Ihr beiden Pissnasen. Weg. Oh, nein. Ich bin wieder geslowt. Wo rennt er denn da hinten hin? Bist du ja auch verwirrt, oder wat? Ist mir egal. Oh, was? Ist mir doch nicht egal anscheinend. Da kam er angerannt. Das wäre meine Chance gewesen. Naja, komm, hau ich halt auf sie ein. Oh, oh. Weg. Hau drauf. Oh, ich habe P gedrückt, aber er war wieder zu spät. Alternativ schluckt er die Inputs. Das weiß ich nicht, aber ich war einfach nur zu spät, denke ich. Ich sehe gerade gar nicht durch, wo ich bin. So. Wo ist er? Oh, da ist er. Ja, komm. Wie wäre es denn, wenn du mal wieder auf mich zu rennst? So. Okay, er ist wenigstens schon mal im roten Bereich. Ich sehe nichts. Oh, lieber ab. Hau doch lieber ab. Was mache ich denn da für Müll? Oh, nein, 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 nein. Oh, ich sehe immer nicht, wenn sie, als wenn das B für sie aufblinkt. Oh, jetzt den ganzen Kampf nochmal. Ey, fickt euch, Entwickler. Fickt euch, wirklich. Fickt euch. Fickt euch. Sorry. Sorry. Kann man das wegdrücken, die Scheiße? Nein. Weil wenn man das 20 Mal sieht, ist es irgendwann auch behindert. Sorry, dass ich salty bin. Ruh! Time to die!